So und da sind wir auch schon wieder bei Minecraft-Action und wir haben letztes Mal ja den schönen Balkon da gemacht. Oh, ich rüber. Na egal, scheiß drauf, nee, jetzt wurscht. Fog eigentlich ganz schön aus, also muss der Baum dann weg. Das ist sowieso hässlich. Naja, diesmal, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das da oben jetzt weitermachen werde. Ähm, wenn, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und ja, ich komm hier nicht den Berg da oben, natürlich, klar. Oh Mann, ist das stressig. Berg hoch zu laufen, eh so komisches. Jörg, ich baum jetzt aber hier durch. Ich find sie ehrlich gesagt nicht schön. Ich fand's so schön schön, wo es nur eine Schicht gab hier. Mensch. So. Äh, und sorry, dass heute die Folge so lang kommt. Heute hab ich keine Schuhe, davor hatte ich immer keine Zeit, äh, auch manchmal keine Lust. Weil ohne Lust würde ich auch nicht aufnehmen. Ähm. Und. Heute liegt's daran, dass. Mein PC irgendwie hier Connection Problem hat. Aber irgendwie mein PC war der. Äh, irgendwas mit so einem. Mit meinem. Ich bin ja mit LAN. Und irgendwie spinnt er irgendwas mit der Software, die das macht. Und. Oder mit dem Treiber, wie auch immer. Und, äh. Keine Ahnung. Oh. Mag mich nicht. Ich geh mal ein bisschen in die Anschmikro hier an. Ich geh mal noch meinen Kopf all weg. Und hier werde ich dann. Was soll ich hier nicht? Ja, ich mach dann hier eine Treppe nach unten. Genau. Und dafür brauche ich erstmal eine Working Bench. Oh. 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 Lieber nicht aufmachen. Wäre nicht so schön. Nein, ich brauch's keine. Aus 64 brauche ich jetzt keine machen. Hier zwei. Ach, was sagt. Reichen. So. Und die kommt. Oh. Komm. So hin. Hallo. Wird. Und hier kommt natürlich überall Stormbricks hin. Haben wir noch nicht genug, aber wir können uns ja hier machen. Ich glaub wir haben keine Hohle mehr sowieso. Äh. Oder ich weiß nicht. Vielleicht. Ich glaub ich hab doch letztens Storm gemacht. Oder warte ich guck grad mal. Dafür müssen wir jetzt aber irgendwie den Creeper da wegbekommen. Nein. Pfeile. Pfeile Regeln. Oh. Ich hab richtig Angst. Ich mach erstmal so, dass ich bisschen Zeit hab. Ja. Jetzt geht er. Oh. Jetzt geht er doch nicht, weil er mich wieder gesehen hat. Oh. Und jetzt bin ich am Arsch. Ah. Da nicht. Komm her. Ich bin jetzt eh kein Problem mit Zombie. Vor allem nicht. Oh. Jetzt lauf ich auch noch extra gegen Zombie. Ich würd sich nicht, dass noch irgendwas kommt. Seien sind zwei Creeper gespawnt. Okay. Ich glaub wir haben noch Storm gemacht. Oder war das Glas? War glaub ich Glas. Ne. Ja. Das war Glas. Aber dann kann ich hier mal. Bam. Das runter. dann da die Hälfte nehmen und hier reintun und hier auffüllen und hier auffüllen, so. Okay. Okay. So. Sorry, wenn ich jetzt gar nicht so viel lenke, ich bin gerade abgelenkt, weil ich gerade immer gucke, ob mir eine Nachricht gesendet wird, weil ich noch was gucke. Ja, dann machen wir jetzt in der Zeit schon was dauern und kann ich hier schon mal den ganzen Daumenwix reintun, die ich bis jetzt habe, lol. Hat fast genau aufgepasst, so wie ich abgebaut habe. Und natürlich habe ich jetzt gar nicht spitze, okay. Immer viel, irgendwas. Was das hier gefällt mir nicht so, ich glaube, das zieht nochmal weg. Sonst haut man sich da erst mal in den Kopf an, mal runter geht. Okay, wir haben hier unser schönes Lager. Das wird echt schön, finde ich jetzt. Ich bin stolz darauf. Aber ich glaube, ich werde noch hier alles oben aus. Das meine ich, glaube ich... Nee, ich habe keine Lust. Oh, ich bin fehlter. Jetzt auch, wie bei unten ein Skelett. Schlechte Kombination. Okay. Ich mache jetzt hier so einen schönen Tower. Den brauche ich jetzt immer mehr ab dem Baum. Dann kommt das hier weg. Und ich mache daraus Sticks. Aus den Sticks mache ich eine Spitzhacke. Mit der Spitzhacke mache ich nicht die Decke. Sondern hier den Aufgang, den finde ich noch nicht so schön. Ich glaube, ich tue den einen so hinten, dass es hier auch so anpasst. Mach ich mal schnell. Moment. Sonst passt es irgendwie nicht so, finde ich. So. Dann haben wir das. Na, Moment. Die Ecke ist für die Scheiße. Ich mache es einfach so. Aber ich das hier... Oh, das schaut gar nicht mehr so schlecht aus. Einfach mal so provisorisch. Gut. Oder einfach die ganze Decke da hinten. Ah, ne. Dann passt es auch gar nicht ganz. Aber es passt schon so. Es schaut richtig maesthetisch hier aus. Aber es steht immer noch über das Merklau aufgefärmelt. Das wäre gar nicht. Egal. Passt schon. Das hier muss natürlich auch geändert werden. Ich habe jetzt natürlich kein Stone fix. Aber wir haben ja Stone gemacht. Ah. Block ja. Skelettblock ja nicht. Die Hitbox. Von Creeper. Aber jetzt bin ich am Arsch. Ah, zum Glück ist es da angegangen. Du bist sowieso nicht stark, Alter. Oder Creeper eigentlich auch nicht. Aber es kann halt viel Rot machen. Ich sollte mir langsam mit dem Kartoffel und dem Dingsfeld anmachen. Nicht das Melonfeld, weil Melon hasse ich. Sondern, ihr wisst schon. So. Ja, haben wir eh schon genug. Erstmal. Und daraus können wir natürlich auch wieder 40 Storm Bricks machen. Und dann können wir das hier gleich machen. Natürlich schon Cowlstone. Oh, ich juck's gerade voll. Ich weiß auch nicht. Okay. Ja, erstmal hier den Block abbauen natürlich. Okay. Ich hoffe, ihr habt das gerade nicht gehört. Wir haben ein TNT. Wenn das Multiplayer, dann würde ich was Fieses planen damit. Aber ist ja leider nicht. Das ist nicht so gut. Dass es nicht ist. Oder Moment mal. Ich habe eine Idee. Das soll schon so bleiben, wie es ist. Nur, dass ich jetzt gleich Holz hole. Und dann gleich mal was mache. Weil ich will halt oben einen Streifen. Oder ganz unten einen Streifen aus Storm Bricks. Und dann darüber Holz. Dass es gut aussieht, würde ich mal gucken. So. Dann haben wir das weg. So. Oh, das war braucht echt viel Storm Bricks. Aber egal, wir sind jetzt ja fertig, sozusagen. Wenn wir das wirklich so machen. Dann macht es hier schon mal frei. Weil irgendwas hinkommen muss ja. Auch wenn es... Oder Stone kommt dann sicherlich nicht hin. Deswegen baue ich den jetzt mal ab. Warte mal so. Ich glaube, es ist eigentlich ein Speergeräusch von meinem Handy gehört. Oder Cobblestone. Ja, Cobblestone. Äh, Cobblestone? Cobblestone? Keine Ahnung, Cobblestone. Ich meine es aber Cobblestone. Das war schon mal so ein Kontrast. Nicht, dass es auf dem Boden gleich wieder gleich ist. Wie der Boden. Nicht, weil ich im V bin. Ja, doch ein bisschen. Aber... Ne, weil das Holz war mir echt... Richtig pervers zum Frauen. So richtig lange dauern. Ich finde es aber trotzdem, es schaut schön aus, oder? Wenn ich jetzt hier das auch noch natürlich so mache. Ne, so scheiße. Es schaut so scheiße aus. Es ist so ein ewiger... ...Stein... Steingang und dann kommt davor ein Balkon. Da war ich... Oder ich mache davor noch ein Zimmer hin und mache dann hier einfach zwei Türen. So wird es sein. Und dann habe ich alles ums... Ne, habe ich nicht. So. Ich hebe mich jetzt schon mal den Raum aus. Aus. Nicht aus, sondern aus. Wie schnell gehen die Teile kaputt? Ohne Scheiße, jetzt. Sobald wir unsere Sticks leeren. Wir können uns ja neu machen. So. Haben wir ja genug. Moment mal. Und, äh... Ich habe immer... Warte, ich kann euch das ja mal. Vielleicht kennt sich damit jemand aus. Ähm, habe ich zwei auch schon... Oh, ich bin wieder... Oh, es geht wieder. Ja, okay. Moment. Es geht wieder. Weil es echt... Batschador steht irgendwas da mit, ähm... Verbindung zum Disc... Minus, äh... Backslash... Backslash... Oh, oder so. Keine Ahnung. Okay, Moment mal. Äh, möchte ich noch ausschreiben. Sorry, dass es eine Aufnahme sein muss. Dafür mache ich jetzt auch die Zeit, wo ich es mache, auch ein bisschen länger. Oh, jetzt habe ich noch ein anderes Spiel geöffnet. Ja, toll. Äh, das finde ich auch noch nicht hier so schön. Hm, das soll es. Das ist überall jetzt so, außer jetzt hier. Habe ich es jetzt ja geändert. Oder, schau, ist es hier blöd? Ja, das ist hier blöd. Das stand nicht so gut. Hallo? Oh, ach, ich finde, wir haben ja gar nicht in den Spitzhack hier. Dafür bin ich ja da unten gegangen. Auch manchmal so blöd. Guck mal, ich schließe mich hier ganz klar. Das ist eigentlich das neue Spiel. Äh, das ist nicht das neue Spiel. Äh, das... Spiel war ja gerade geöffnet, aber aussehen. So. Dann passt es so. Oder, sag mal, das passt dann mehr, wenn wir es so machen, oder? Dann hier... Stompx reinhauen. Oder einfach nur diese eine kleine Nische hier so machen. Halte auch auf der anderen Seite, natürlich. Aber mal schon wieder elf Minuten vorbei von der Folge. Wir haben einfach nichts geschafft. Außer, ja, geht's auch. Wir haben schon... Ja, wir haben zumindest was geplant. Wenn man uns so sagen darf. Okay, wir können das hier wegmachen. Und das da. Okay, wir bapp, bapp, bapp. Nee. Ja, nicht. Ja, nicht so. Wir bauen uns ab und bauen uns wieder hin. Ja, geil. So, und in der Decke war jetzt... ...dauendings. Hm, so passt es schon. So. Dann kommt das hier natürlich auch noch weg. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann können wir wieder neun Stone machen. Er sagt neun... Ups. Hallo? Ich muss mich jetzt verraten. Und bam. Okay. Oh, ich dachte, ich hab' ich verbaut. Das Glück nicht. Okay. Ich weiß, wir sind von der Ausrüstung noch fast gar nicht. Wäre richtig schlecht eigentlich. Wir haben zwar... ...noch... ...noch... ...bisschen Eisen. Ich weiß gar nicht wo. Hier in der Eisenkiste wahrscheinlich. Ne. Hier drüben in der Kiste wahrscheinlich. In der alten... Ja, genau. Hier. Tue ich mal ganz kurz in die Eisenkiste, wenn ich mal Eisen bräuchte. Aber für was brauche ich es jetzt? Ist ja eigentlich nur Verschwendung damit zu bauen. Erstmal. Geht natürlich schneller, aber... Passt schon. So. Ja, schau gar nicht mehr, wenn mein Ziel da reingeht. Nur eins. Ich hoffe, kein Krieger bei dem epischen Eingang. Aber der Eingang ist echt hässlich. Ich muss den Eingang ändern, sorry. Hey. Ist das Stone? Also, das ist... Oh, was? Ich kenn meine eigene Textur nicht mehr. Wieso dachte ich erst, das ist Stone? Das ist doch kein Stone. Und das ist doch... Oh Gott. Weil der Eingang geht echt gar nicht. So, Moment. Ich dachte erst, das ist Erde. Aber dann... Oder erst dachte ich, diese Steine, dann ist das Erde. Und dann... Das wusste ich gar nichts mehr. Dann war alles kaputt in meinem Kopf. So. Aber den Eingang würde ich eigentlich so lassen. Aber wir werden da mal so einen Trick machen. Da kann man mit... ...Teppichen und Strings arbeiten. Dass hier keine Monster reinkommen. Und ja. Das kann ich jetzt erst mal nicht machen, weil ich... ...komme keine Teppiche und noch keine Strings habe. So, das ist keine Teppiche. Strings werden jetzt nicht so das Problem. Ich glaube, wir haben sogar noch drei brauchen wir dafür jetzt. Weil wir in drei Eingang haben. Zwei haben wir. Das ist ja kein Problem. Aber wir... Oh, wir haben ja Wolle. Uh. Uh. Ne, ich brauche noch schnell ein Strings. Aber woher... Warte. Man kann nur aus Strings Wolle machen, aber nicht aus Strings Wolle. Äh, aus Wolle Strings. Das ist unser Problem. Ähm. Ah, vielleicht Mob Drops. Vielleicht habe ich es da schon reingetan. Ja, da habe ich sogar schon was reingetan. Okay. Dann zeige ich euch das mal, wie ich das meine. Und wie es auch funktioniert, natürlich. Ja, um erst mal so ein bisschen rein. Ähm, weil ich mir die Strings... Äh, die Wolle holen will. Ich weiß nicht, wie wir brauchen wir. Drei... Drei reichte, ne? Denke ich mal. Wir hatten ja einen Dreier-Eingang, ne? Oder? Ne, wir hatten vier Reingang, aber komm, wir müssen jetzt extra deswegen noch eins machen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen hier... Ups. Dann... Ja, ich zeige euch das so. Ihr müsst es so machen. Da muss hier so ein Abgrund mindestens drei Tiefs sein. Das sage ich von so einem englischen Let's Player. Oder bis jetzt... Er hat ein Tutorial darüber gemacht. Dann hat man da Strings... So, glaube ich, untergetan. Und das Geile ist, ich habe Strings so rot gemacht im Texture Pack. Oh, ne, nicht... Ne, nicht so. Es muss noch eins für... Oh, wenn jetzt irgendwas kommt, dann bin ich am Arsch. Wie sagt man eigentlich am Arsch? Das ist so dumm eigentlich. Aber naja. Und dann hier... So. Und das, was dann passt, muss ich mir dann nochmal was einfallen lassen. Weil so ein weißer Strings... Ne. Das muss... Das kommt hier mal weg, weil... Ich möchte es gerne... Das ändert natürlich nichts daran, aber... So läuft es mir jetzt aber auch nicht, irgendwie. Ja, jetzt nichts anderes wie davor, nur einzuhören. Äh... Ne, ist... Vielleicht so. So dachte ich mir das, glaube ich. Ne. Das muss gut aussehen, irgendwie. Oh Gott, schaut so scheiße aus. Oh meine meine, schon wieder bald hier. Die 20 Minuten an... Angerei... Äh, es ist vorbei, wie auch immer. Äh, hier haben wir das Strings. Ach, ich weiß echt nicht. Oh, ich mache, glaube ich, erst mal hier so. Und die Carpets hier drüber. Hm. So scheiße... Ne, schaut scheiße aus, Alter. Ich fass mich gerade richtig an, weil ich echt gar keine Ahnung... Und das mache ich jetzt mal schnell. Das schaut echt scheiße von außen zu müssen. Ich dachte schon, das ist eine Hexe, hä? Ich komme hier nach auf jetzt. Ein Kopf ist dann nur eine Erde, ergibt eine Hexe, okay? Ich versteht ja. Deswegen... Ja, ich verstehe, okay? Naja. Was soll ich jetzt hier... Zug bauen? Ist ja auch nicht so das Problem. Erstmal, meine Terraformkünste, die richtig scheiße aussehen. Das tauscht mir schnell aus, Ich weiß nicht, ob das leicht ist. Es muss natürlich aussehen, vielleicht irgendwie so. Oh, mein Gott. Oh, mein, oh, mein. Ich kann echt keine guten Eingänge. Warte, ich habe das zwar schon immer gemacht, aber ich mache es jetzt noch mal, wartet. Ich kann echt nicht alles auf Google-Bilder. Ja, geil, das ist aber mein WoW-Bilder. Ja, passt dran, ne? Okay, da gibt es jetzt nicht so etwas Besonderes. Da ist von... Ne, was ist denn das für eine Texture-Bilder? Ist das jetzt Gary's Mod? Ne. Alter. Ne, das ist kein Gary's Mod. Das ist ein Minecraft-Texture-Bilder. Das kann aber nicht sein. Das ist... Hä? Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein... ...ultra-realistisches Texture-Bilder. Oder ein Mod eher. Naja, I don't know. Da ist auch nichts. Äh. Gerade noch. Aber zum Glück habe ich zwei Wildschirms, sonst wäre ich jetzt am Arsch. So. Äh, ja, die Folge ist jetzt eh gleich wieder zu Ende. Deswegen verabschiede ich mich schon mal. Warte vielleicht hier, irgendwie so davor. Moment mal, ich habe Antigal-Lady. Perfektioniere ich halt natürlich später mal, Oh, wieso ist hier ein... Bär, ich muss das jetzt sein. Komm, machen wir schnell. Ich freue mich jetzt schon fast 20 Minuten lang und die kommen noch später, aber ich sie noch mehr erinnern muss und natürlich jetzt auch noch mehr. Oh. Äh, mehr erinnern und, ähm, viel mehr hochladen und alles muss, aber Jolo, komm. Das geht schon einmal. Ja, einmal ist gut gesagt, hier. Ich lade. Ich mache so eine Mini- keine Ahnung was. So ein... Palast. Mini-Palast. Äh... Keine Ahnung, ich denke mir jetzt gerade was aus, irgendwie was ich hier mache. Komm, du hältst doch durch. Äh, Schaufel. Spitzrecher würde ich schon fast sagen. Weil Zombies sind so denken, dass das hier, ähm, nichts runter ist, wen es jetzt interessiert. Und deswegen kann man da, wir können halt als Menschen, als Minecraft-Mensch drüber laufen. Und ja, dann, deswegen ist das ganz gut. So. 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 Ne, da müssen hier die Stempel weg. Schaut das jetzt gut aus? Schreibt es ohne Scheiß ehrlich in die Kommentare. Warte, ich ändere es doch kurz. Jetzt noch nicht schreiben, natürlich. Wenn ich noch kurz das ändere. Hm. Moment. Ich bin gerade am denken, wie das schön aussehen könnte. Am überlegen eher, nicht am denken. Moment, da muss ich noch ganz schön was machen. Auch wenn die Folge jetzt übel so erzogen ist, weil schon 22 Minuten noch so ist. Mach ich noch schnell was. Eins, zwei. Ja, okay, eigentlich reicht es einmal, aber egal, hier noch. Ah, da ist er bling. So. Ah, ist ja auch scheiße jetzt, wenn man das so macht. So, oder? Ja, seid jetzt mal ehrlich, ob das gut aussieht. Naja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Es war jetzt ja keine schlechte Folge, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, das ist jetzt der neue Eingang, der richtig scheiße. Okay, von innen dürft ihr es nicht bewerten, wenn ich vielleicht noch in der nächsten Folge das so machen werde. Warte mal, jetzt noch schnell. Ich kann, ich muss echt alles zu Ende bringen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hat es trotzdem noch gefallen. Oh, wie soll ich immer trotzdem? Das war doch alles gut. Äh, verpiss dich. Irgendwie kommt immer alles, irgendwas dazwischen. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr hat es gefallen. Und dann ja, tschüss.